Ich bin ein Helikopter. Ich habe jetzt das gemacht. Ich kann aber mal beinfrei rumlaufen. Wieso denn das denn? Was soll denn das denn? Zieh das wieder an. Ich kann keine Handschuhe mehr an. Ich bin so wie ein Drache. Ich bin so wie ein auf Tabakai. Wieso habe ich ihn jetzt noch? Warum läuft meine Füße grün? Wir müssen alle. Ihr habt es geschafft. Geht ein paar Schritte. War aber in der Rolls. Was ihr da? Der Typ ist hässlich ins Scheiß. Dann guck dir den mal. Keine Ahnung. Wir müssen trinken oder so. Was könnten andere sehen, was uns verbraucht hat? Ich würde gerne etwas ausprobieren. Warte. Ich glaube wir müssen mal was trinken. War. Das hast du doch gesagt. Das ist schon Standard. Das ist schon Standard. Überall wo wir trinken irgendwas und dann kippen wir irgendwo und haben irgendwelche Depressionen. Das ist schon. Ich habe aus dem Weigenglas getrunken. Traumreise drinkt das. Was? Können wir uns jetzt auch ausziehen? Warum sind wir denn viermal hier? Ja. Guck mal. Auch im Nachhinein ist es noch schwierig sich das anzusehen. Ihr Schmerz. Wie sie gelitten hat. Sie war so tapfer. Auch im Nachhinein ist es etwas anders zu gehen. Was machst du denn da? Wo machst du da? Ich küsse Füße. Was? Wieso ist denn der klein so klein. Was? Irgendjemand der vor dem Bett steht. Was? Wo bist du? Ich bin auf dem Bett. Was? 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 Wo? 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 Mit den Kuchen. Oh Junge. Den Kuchen auch. Wenn du den mit in die Zukunft nimmst, ist der schon längst vergammelt. Ach was. War einfach den Kuchen aus der Kuchenform rausgenommen, ey. Das stimmt doch, Junge. Das ist wie mit den Getränken. Ich nehm einfach das Getränk aus den Bechern und so raus. Aus den Flaschen. Hm? Ja. Wann hast du denn so weit gemacht? Wollte ich nicht, aber geht glaube ich hier nicht. Ah! Wo bist du hin? Dass ich auf einmal ein Luftwaffe gelöst. Ist das gleiche auf mir? Ich glaube ich habe einen Zeitsprung gemacht. Verandis lebe hoch! Durch ihn hatte ich die Möglichkeit meine wunderschöne Frau zu retten. Auf unseren lieben Freund Verandis. Wie können wir das je wiedergutmachen? Ich mache jetzt aus der ein Vampir da. Und so attraktiv. Aber ich möchte auf diesen Wein hier anstoßen. Bei den göttlichen, was für ein Bock! In diesem Augenblick waren wir so glücklich. Wir waren alle zusammen. Freunde und Familie. Und hier wissen wir. Wir lassen die Gesellschaft. Zum letzten Mal. Ich habe schon mit dieser Exe gesprochen. Ah! Ah! Ich... Ich erinnere mich nicht mit Leila gesprochen zu haben. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Was für ein vollzüglicher Tropfen! Was machst du da, Geras? Und was ist das? Was ist das? Ja, holl. Weil statt auf deinen Schoß zu sitzen nehme ich meinen Stuhl ab. Echte Männer sitzen nicht auf den Schoß von anderen Männern, sondern mit einem Stuhl auf den Schoß von anderen. So sitzt noch. Was soll denn das? Soll ich so an deinen Schritt herankommen? Weißt du, was ich so machen kann? So kann ich meine Malkräder auf deinen beiden Plötzchen, da kann ich malen. Ich muss noch kurz was machen. Warum hört die sich auf einmal böse an? Die sind verrückt an hier. Die hören sich jetzt irgendwie süß an. Sie hört sich immer rein wie Jan hören, ey. Er macht jetzt irgendwie einen auf Igor. Tut die Macht. Was soll dann? Ja, warum? Ihr werdet auf jeden Fall sich... ...ein ganz seltsames Gefühl. Verandis, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Macht. Schnell, berührt euch. Der fährt jetzt wie eine Schwucht, der soll sich besterhalten. Ja, wir brauchen eure Macht, ja. Knabe, machen Sie platt. Oh, zieh ihn an den Haaren. So. Ja, so ungefähr. Ah, mein Arm, Daniel, ah. Du musst da deinen Arm reinstecken. Was, was passiert denn noch? Was, was passiert denn noch? Ja, wo ihr, wo ihr werdet? Ja, wo so war, war. Aber so war, 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 war. Was hast du getan? Das bin ich. Das, das wollte ich nie. Ich schon. Sprichwort sonst. Gehe weg von dem Wasser. Gettet mich an. Ich halte den Schmerz nicht mehr ab. Setz dem ein Ende, Verandis. Setz dem ein Ende, bevor ich... Weil haben die die Spiele mit dem Party gestartet, ey. Die Raste, ey, die reffen mich an die Schlampe! Wahrscheinlich. Du bist jetzt tot. Weil ich sie angegriffen habe. ab die Welt er ist ja nicht mehr einfach die Hand nein kommt schon mal an dies wir müssen von hier verschwenden wir gehen jetzt her vor Prozent müssen wir es für den Stab abgewählt bei uns was nicht bei mir wie ein Stab oder so aufs Leben hat sich irgendwann geist belästigt ich werde wir werden als ein Geister ist in diesen Staaten das wird die Anstrengung der Städte das schulde ich die Städte gestritten abdrucken wenn da ist der Welt Ich bin einfach nur so runter gesurft. Geil. Da sind wir schon gerade getrunken. Was denn, ich hab doch eins getrunken, was wirst du eigentlich? Ich hör mal Kampfmusik. Oh Junge, du hörst doch ständig Kampfmusik, soweit ich meinen Pfeil abfeuere. Ich verstehe da nicht warum, ich hör hier keine Kampfmusik, ich hör hier das Rauschen des Windes. Ich glaub die Montage von nebenbei ist verrückt. Das ist verrückt. Aua. Alter, bist du wohl, wir sind zur Wald gesprungen. Nein. Jawohl. Abgeschlossen. Was? Ich weiß nicht, ich darf den Kampf. Die Kampfmusik. Boah, hey, was hast du denn immer verfliegt, Daniel? Du betrittst einfach nur so die Tür und dann kommt auf einmal die Musik. Ich hör keine Musik wahrscheinlich, weil ich die Musik lasse. Warum tut denn keiner was gegen die fette Fledermolz, die hier im Camp ist? Ich schieß den Schwassen voll in die Fresse. Ich bin verletzt. Ich auch, hält die Schnauze. Wo sind sie? Für, bitte Reisender. Denn, wir sind eher. Nehmen wir da aus. Mann! Ich weiß! you're right! Was ist das? Ihr ist dieses so weit? Ich bin ein friedliches Lager nicht sehr verletzt. Das ist richtig. Ich bin es nicht. Ich bin es richtig, richtig. Aber ich habe Hunger! Ich war zu bellen. Ich bin einfach. Ja. Und ich habe Hunger! Ich habe Hunger! Hunger aber er ist mit der Schöne eine große Wunder Schöner Schmetterer ich soll mich um Hauptmannschen wo sie mir in den Arsch drehen sie hat es an Schönen es ist es ist ein Schmetterer Aktivierung er lässt sich bei ihr wenn ich nicht Röeber schüttelt mich angeboten war er was hat dann ein Guck mal, die Riesenspinne leiten. Ja, ich kann nicht, dann. Ich bin nur noch am Ladebutschirm. Achso. Das tut mir leid. Ich... Das ist der Boss, nehm ich mal an. Das ist also wieder das Geradenzeichen. Maa. Komm, die holen wir uns. Nein. Schließt die da unten ab? Die heilen sich die ganze Zeit wieder neu, weil wir außer Reichweite sind, ey. Okay. Kann ich schaffen. Ich aber. Nein. So machen ja die Pros. Das ist doch der Kuppenboss. Ne, das ist ein anderer Spieler. Also dasselbe. Die lebt noch. Die leiten gefuttert oder was? Die leiten gefuttert oder was? Das ist ja mal anschließend. Aber ich hau ab. Das ist echte Freundschaft. Also genau. Das hat er genau so gemacht, als wir die erste Spinner fertig gemacht haben. Und dann taug den Boss auf. Das ist ein Miniboss, glaube ich. Das hat ein Spieler. Das hat ein Spieler. Das hat ein Spieler. Das ist ne Riesenschlange. Das ist ne Riesenschlange. Die ist zum Boden gefallen. Häser, die Hassspinnerin. Ah. Ah. Mittag hinunter. Was hast du gesagt? Metathe nun da. Was? Und heute das denn? Das ist aus, äh, der Shoot is Manitou. Jetzt sagt der ein Indianer. Ich muss weg. Ey, wie läuft die denn hier? Irgendwann abgeschlossen. Er sieht so schräg aus, wie die sich bewegt hier. Ja. Die Spinner, ey. War denn geil in dem Boden, als die sich bewegt hat. Sag Frau Krieg. Passt sie nicht an. Aber auch. Was ist es für sie? Da ist das so. Ich wähle einen Held. Oh, der ist Census. Der hat einen childish an. Halt dich an mir fest. Halt dich Gott fest. Mein Gott. Wir rocken bei Karaoke. So weffen. Nur sagen mit diesem eine Lied, das andere Lied. Ja gehen wir. Haha. hat dann geht er an und zwar ich weiß gar nicht ob da überhaupt irgendein Text ist wenn einfach so japanische Schriftzeichen abgeschmiert was willst du mit denen machen? werden einfach nur so japanische Schriftzeichen angezeigt wenn du singst oder was? ja ist ja so mein Karo ach so ja ok ich hab das jetzt bisher schon ich dachte irgendwie statt dass da irgendwie Worte aus deinem Mund kommen kommen da Schriftzeichen von 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 Untertitelung des ZDF, 2020